Hallo, ich bin Caro von Seidsprung. Neben den allgemeinen Hygienevorschriften wie zum Beispiel der Handdesinfektion beim Betreten des Studios oder dem regelmäßigen Desinfizieren der Trainingsgeräte nach der Nutzung, haben wir Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass ihr bei uns sicher trainieren könnt. Im Kardiobereich sind Trennwände aufgestellt. Diese stellen sicher, dass sich keine Viren verbreiten. Wir verfügen darüber hinaus über eine Belüftungsanlage. Diese hat ein sehr hohes Luftaustauschvolumen. Dadurch sind wir in der Lage, die Belastung der Luft sehr niedrig zu halten, was ein großes Plus für eure Gesundheit darstellt. Hier befinde ich mich gerade in unserem großzügigen Außenbereich. Hier könnt ihr nicht nur Beachvolleyball spielen, sondern neuerdings auch Outdoor-Kurse zu besuchen. Von Cycling über Bootcamp, Bauch, Beine, Po und Fit in den Tag ist alles dabei. Wir wünschen euch viel Spaß!